Wir sind hier auf dem Young Talents Day auf der Elektronika 2024. Hinter mir läuft gerade der Elektronika Makathon. Da haben wir sechs Teams mit über 40 Studenten aus München, Reutlingen und Aalen, die an Challenges arbeiten zum Thema Nachhaltigkeit und Wasserqualität in der Zukunft. Unsere Studenten haben die Aufgabe, eine coole Challenge, sich auszudenken, wie können wir als junge Menschen die Welt nachhaltiger machen. Es geht um Wasserverbrauch und Wassernutzung, Wasserressourceneinsatz. Für uns ist es eine große Chance, hier auf diesem Makathon zu sein. Die Stimmung ist richtig cool. Die Studierenden sind einfach so im Flow. Die packen was an, haben ein Ziel, freuen uns sehr, dass wir mit ITQ dieses Event machen können. Tolle Stimmung haben wir hier. Wir haben tolle Studierende hier. Wir haben tolle Kreativitätsansätze hier und die Ideen, die sind einfach hervorragend. Da geht es eben um das Thema Nachhaltigkeit, aber es geht auch um spezielle Methoden. Und wir sind ja Spezialisten für die TRIES-Methode. Theorie des erfinderischen Problemlösens. Parallel dazu laufen hinter mir noch Workshops mit Schülern. Über 100 Schüler aus verschiedenen Klassen im Münchner Umfeld sind heute hier und machen mit uns Technik-Workshops. Wir sind hier mitten auf einer Industriemesse zwischen den Ausstellern und gemeinsam mit der Messe München, mit Suiki in dem Startup vom TDK und mit Texas Instruments haben wir hier eine tolle Kooperation auf die Beine gestellt. Und ich freue mich richtig, dass wir heute hier sind. Ich freue mich. Ich freue mich. Wir sind ein sehr See you. Ich freue mich. Wir sind 깊igeии. Wir sind die worse. Wir sind glowig. Wir sind schon mal wieder. Wir sind die Ausstellern und sind die Zeit겠어요. Vielen Dank.